So, herzlich willkommen zurück zu Rise of the Triad Und wir wollen jetzt diesen komischen Boss versuchen endgültig auszuschalten Ey, nicht ruckeln Achja, wir mussten erstmal dahin latschen, da war ja was Komm her, ich muss dich töten Alle nur dann tot Ja, das ist denkst du gut Ja, ja, hättest du wohl gerne, hättest du wohl gerne, Freundchen Nein, nicht da runter, oh, ne, bin ich auch gar nicht, ich dachte schon Was machst du da unten Ja, sauber Ja, toll Nein Das Ding da So Ja, so beschädigen eigentlich Nee, ne, das geht nicht Denkt er jetzt da ganz eklig gerade Was macht er da Ah, ernsthaft, was ist das denn jetzt gewesen Was war das denn Hm, ich will's nicht verstehen Oh nein, genau Oh nein, ich will's nicht Lass mich doch da hoch Oh nein, dieses Mistvieh Mach da einfach mal hoch So Nein, daneben geschossen Mist Komm schon, jetzt geht er hoch Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Oh nein, ausgerechnet jetzt Wieso machst du das ausgerechnet jetzt? Entschuldigung 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 Lass mich da hin So Sooo Das ist eine Scheiße Aber hier hakt man auch immer überall fest, ne? Nee, Scheiße, Mann Ich weiß nicht, dass mir das sonderlich weh tut Sooo Was geht da hin? Ich mach mich fertig So ein Scheiß Ich brauch ne Taktik Ich hab keine Lass mich da hoch! Oh, jetzt lass mich doch da hoch! Oh! Oh! Warum hat er nur ein Augenblick? So Plus Plus mehr Wow Warum hat er nur ein Augenblick? Auch ein Hintergerak Hier wieder So Ok, hast du es jetzt? Gib auf Ah, die Waffe leer So Taktik ist zu schießen wenn er das macht Geh rein, geh rein, geh rein Die Waffen gehen mir nur irgendwann aus Das ist das Problem Geh rein Leid doch mal auf die Waffe So, wenn er sich dreht Jetzt habe ich gute Chancen Musste mir den nächsten Ding entsuchen Genau, das kann ich noch raushauen So So Dann Den Scheiße Ah, hier sind keine Dinge Ah Sehr schlecht Jetzt gibt doch das Ding her Ja Auch kein Und Ja Ja Ich Gibt's nirgends Das ist Das ist ja ätzend Mann Warte, das Versteck ist da oben Fuck Jetzt geht er hoch Ich werde verrückt mit dem Vibe Ich werde verrückt mit dem Vibe Jetzt geh doch da mal hoch Dankeschön So 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 Oh So So Zum Mäuse milken, ehrlich. Wenn man nicht das macht, was man eher sagt, kann es nicht gehen. Das ist einfach nicht geht. Das ist echt unglaublich. Das ist der Jumphead da. Nein, die wollte ich jetzt nicht haben, aber ist okay. Ich wusste es gar nicht mehr schlecht, wenn wir zwei Wochen haben. So. Einzige Chance, die man hört. Ich wusste es da wieder. Oh, wie viele Phasen es von dem noch gibt. Da gibt es aber schon wieder mehrere. Was geht da hin? Vielleicht so ein Quad, was man hier immer irgendwo hinterhakt. Oh, der hakt da gut fest. Ich muss natürlich, dass mir die Knauern wieder ausgehen hier. Aber da hinten müssten noch diese lustigen Spitmessides sein. Problem ist nur, wenn man auf diese Jumpheads nicht raufkommt. Es ist zwar klar, dass man dafür drauf springen muss, habe ich schon verstanden soweit, aber das ist halt mega ekelig, das auch noch zu machen, wenn man hier einen fucking Bosskampf hat. Mensch, und lass mich einfach da hin. Das richtig gesehen, da waren doch noch welche. Na gut, dann habe ich jetzt ja vielleicht ein Problem. Was ist denn los? Ich stehe doch hier hinter, Mensch. Na. Oh, das gibt mir doch mal die Waffe. So. Was ist ein Elend. Na, vielleicht reicht das hier sogar. Ist du mich ver- Hä? Wieso? Der hat doch das Blaue noch gemacht. Das habe ich jetzt nicht begriffen. Der hat doch, der hat, war da noch, der war noch, hä? Das hat doch gar keinen Sinn. Ey, come on. Das ist ein scheiß Betrug. Jetzt habe ich eine Idee. Wieso mache ich dann meine Waffen dahin? Mal gucken. Hä? Was ist denn hier noch? Ach so. Nee, das ist doch der Eingang. Ich dachte, da war noch was anderes. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Nehme ich mir. Der Erster muss natürlich meine Dingens dahin. Das bereite ich mich ein bisschen vor. Der Kampf ist mir jetzt zunehmend. Die hier halt echt noch welche sind. Wieso habe ich die denn nicht gesehen? Wow, warum hast du hier noch die Eingang? Ist mir egal. Ich hole jetzt da Waffen. Blöd ist natürlich... Egal, dann hole ich die nachher auch noch. Sehen kann ich so gesund. Double the pleasure, double the fun. Das überhaupt... Das Waffen-System ist ja auch zum kurzen. Ich finde das blöd, dass man da drauf springen muss, um hier raufzukommen. Das ist wirklich bescheuert gemacht. So, äh, viel mehr kann ich gar nicht hierher holen. Jetzt muss ich denke, die... Ah, immer nur Austausch, ne? Egal, aber mit der habe ich mehr Feuerpower. So, dann nehmen wir uns jetzt. Genau. Ich bin zumindest die... Dann brauche ich nämlich nicht immer zurücklatschen. Ja, das ist vielleicht eine super Sache. Dann brauche ich nämlich nicht immer abhauen, nur um diese blöden Dinger zu kriegen. Du hast jetzt nicht, ähm... Oh. Im Ernst? Du hast die Waffe aufgesammelt, während ich noch volle Munizierung mit dem Lenker hatte. Nein, das hast du nicht gemacht. Nein, das willst du mir nicht erzählen. Das spielst du... Oh. Wow, warum hast du so einen Augenblick? Ah. Du kannst es nicht glauben, oder? Das ist doch echt. Jetzt fragt man sich echt, ob das Spiel das ernst meint. Oh, gut. Äh, das ist doch echt. Ja, und diesmal komme ich natürlich sofort da hoch, ohne zu springen. Irgendwann ging das die zigtausend andere Male nicht? Äh, ja. Mecker schwimmt ja zu viel, aber... Das sind halt so Momente, wo ich mich frage, Waffe, warum muss das so? So wie es ist. So, wir müssen ja eher wieder zurückgehen. Wesentlich eher, weil er ja manchmal sich entschließt, mit den blauen Strichen schon zu schießen. Ähm... Das war ja sonst immer auch so, ne? So wie das gerade, ne? Da, da... Ja. Ich sag zum Spiel nichts mehr. Ich weiß irgendwie... Oh, bloß abhauen. Kommt er wieder auf komische Gedanken. Bei der Bombe hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Kommt er in die Ektion. Ja, da können wir in die Bisten gehen. Das ist ein Fäger. Ja, nimm den nächsten. Komm. Los, lass mich da hin. Ich hab momentan sogar noch volle Safe. Wow. Ich hab das Gefühl, dass die... ...ma nicht reichen werden, weil... ... ... Nicht so der große Schadendrücker hier. ... ... ... ... ... ... ... Der kaum Schaden nimmt, das ist unglaublich. Ach komm, was denn da schon wieder schief. Ach komm ey. Würde ich am liebsten so machen und mich wieder selbst töten bei solchen Zuständen hier. Zwei. Da geht mir vergleichzeitig in den Wind geschossen. Oh, das ist besser für uns. Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. I do bad things to bad. Oh, der bewegt sich ja nicht mehr so doof. Ich hoffe es für ihn. Der scheint sehr doof zu sein. Das muss ich nicht verstehen, oder? Nee, das ist mir zu hoch, das verstehe ich nicht. Entschuldigung. Warum hat er mich jetzt getötet? Er... Äh... Das ist doch echt... Alter, wirklich wahr. Man weiß nicht was man dazu noch sagen soll. Das ist irgendwie... Das ist einfach ein mega fail. So. Gut. Ich bin auf der Kiste noch drauf. Ist irgendwie auch noch so ein jumpert. Was macht das denn noch? Aha. Ich fühle es das gut. Passt auch nur der Wind. So. Oh nein, wenn ich da draus springe dann... Oh. Oh. Hoffen wir das beste. Nein. Lass die Dinger in Ruhe. Hei. Double die Freude. Double die Freude. Was machst du? Mal den doch mal. Oh, dieses Waffensystem macht mich verrückt. Jetzt hat bloß dieses bescheuerte Waffensystem ausgedacht. So. Puttel. Souffert. Das ist unfassbar. Oh divine. Das müssen werden in der Raum benutzen sollen. Damit das nicht. Das bin ich für uns meine laughter ausgefallen. Das bin ich für euch Leo. mensch alter aber ich könnte mir jetzt ja noch so ein noch dieses andere ding da holen es hat erstaunlich gute arbeit geleistet ach dann lass ich ja das ding wieder hier liegen ach fuck wie behindert das ist ich kann gar nicht die worte fassen ich muss es noch da verfürchten so wenigstens klappt das einigermaßen jetzt muss ich mit dem ding losziehen ich einen davon entbehre und dann da drüben ablege ja genau irgendwie so gut das Ja, aber es ist hier ausgetauscht, in Ordnung, kann ich jetzt mit leben, so, dann gefällt mich, dass das scheiß Ding jetzt genau am Jumphead liegt, aber gut, wir probieren unser Glock, ich wünschte ich könnte das wenigstens speichern, Mensch. Oh, es geht doch, ich hasse es, die Hölle. Oh, diesmal war ich, der Firebump hält er halt voller. Oh, nachher. Lieber rechts, rechts, zurück. Oh, wie der sich bewegt, ist es einfach zu kotzen. Er bewegt sich nicht. Er bewegt sich nicht. Er bewegt sich einfach nicht. Er bewegt sich nicht. Ah. Er bewegt sich einfach nicht. Und das Beste, was man da macht, ist das, weil er bewegt sich einfach nicht. Äh. 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 Okay. Ich versuche meine Nerven zu sammeln. Äh. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.